Als sich unterdessen eine Volksmenge von vielen Tausenden angesammelt hatte, so dass sie einander auf die Füße traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, nämlich vor der Heuchelei. Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt werden wird, und nichts wird verborgen, was nicht bekannt werden wird. Daher wird alles, was ihr im Dunkeln gesprochen habt, im Licht der Öffentlichkeit gehört werden. Und was ihr in den Kammern ins Ohr geflüstert habt, wird auf den Dächern laut verkündigt werden. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die wohl den Leib töten, danach aber nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch zu fürchten habt. Fürchtet euch vor dem, der die Macht besitzt zu töten und dann auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor diesem fürchtet euch. Kauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Kupferstücke? Und doch ist keiner von ihnen vor Gott vergessen. Nun sind aber sogar die Haare auf eurem Haupte alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage euch ferner, jeder, der sich zu mir vor den Menschen bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort gegen den Menschensohn sagt, wird Vergebung finden. Wer aber gegen den Heiligen Geist eine Lästerung ausspricht, der wird keine Vergebung finden. Wenn man euch aber in die Synagogen und vor die Obrigkeiten und Behörden führt, so macht euch keine Sorgen darüber, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Da sagte einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sag doch mein Bruder, er solle das Erbe mit mir teilen. Jesus aber antwortete ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbverteiler über euch bestellt? Dann fuhr er fort, Seht euch vor und hütet euch vor jeder Art von Habsucht. Denn wenn jemand auch Überfluss hat, so hängt das Leben für ihn doch nicht von den Gütern ab, die er besitzt. Er trug ihnen dann folgendes Gleichnis vor. Einem reichen Manne hatten seine Felder eine gute Ernte gebracht. Da überlegte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, um meine Ernte unterzubringen. Dann sagte er, So will ich's machen. Ich will meine Scheunen abreißen lassen und größere bauen und darin meinen gesamten Ernteertrag und meine Vorräte unterbringen und will dann zu meiner Seele sagen, Liebe Seele, du hast da einen reichen Vorrat auf viele Jahre liegen. Gönn dir nun Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Aber Gott sprach zu ihm, Du nah, noch in dieser Nacht fordert man dir dein Leben ab. Wem wird dann das zu fein, was du aufgespeichert hast? So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich für Gott ist. Weiter sagte er zu seinen Jüngern, Darum sag ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist wertvoller als die Nahrung und der Leib wertvoller als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer und keine Scheuer und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr doch wert als die Vögel? Wer aber von euch vermag mit all seinem Sorgen, der Länge seiner Lebenszeit eine Spanne zuzusetzen? Wenn ihr also nicht einmal etwas ganz Geringes vermögt, warum macht ihr euch da Sorgen um das Übrige? Seht die Lilien an, wie sie weder spinnen noch weben. Und doch sage ich euch, auch Salomo in all seiner Pracht ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn Gott nun das Gras auf dem Felde, das heute steht, und morgen in den Ofen geworfen wird, so herrlich kleidet, wie viel eher würde er es euch tun, ihr Kleingläubigen? So fragt denn auch ihr nicht ängstlich, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und regt euch nicht darüber auf. Denn nach all solchen Dingen trachten die Heiden in der Welt. Euer Vater weiß ja, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reiche, dann wird euch dies obendrein gegeben werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr besitzt, und gebt es als Almosen hin. Verschafft euch Geldbeutel, die nicht alt werden, einen unerschöpflichen Schatz im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte etwas zernagt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lasst eure Hüften umgürtet sein und eure Lampen brennen. Denn ihr sollt Leuten gleichen, die darauf warten, wann ihr her vom Hochzeitsmahl heimkehren werde. Um ihm, wenn er kommt und anklopft, zugleich zu öffnen. Selig sind solche Knechte, die der Herr bei seiner Rückkehr Wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich das Gewand aufschürzen, wird sie zu Tisch führen und herantreten, um sie zu bedienen. Und wenn er erst in der zweiten oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, selig sind solche Knechte. Das aber seht ihr ein, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er wachen und keinen Einbruch in sein Haus zulassen. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da fragte Petrus, Herr, gilt dies, dein Gleichnis nur uns oder auch allen anderen? Der Herr antwortete, Wer ist demnach der treue Haushalter, der Kluge, den sein Herr über sein Gesinde setzen wird, damit er ihnen das gebührende Speisemaß zur rechten Zeit gebe? Selig ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit findet. Wahrlich, ich sage euch, über seine sämtlichen Güter wird er ihn setzen. Wenn aber ein solcher Knecht in seinem Herzen denkt, mein Herr kommt noch lange nicht, und dann anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr eines solchen Knechts an einem Tage kommen, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn zerhauen lassen und ihm sein gebührendes Teil bei den Treulosen geben. Ein solcher Knecht aber, der den Willen seines Herrn gekannt und doch nichts ausgeführt und nach seinem Willen getan hat, wird viele Schläge bekommen. Wer dagegen seinen Willen nicht gekannt und Dinge getan hat, die Züchtigung verdienen, wird nur wenige Schläge bekommen. Denn jeder, dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen, und was wollte ich lieber, als dass es schon in Brand wäre. Doch mit einer Taufe habe ich mich noch taufen zu lassen, und wie ist mir so bange, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu stiften? Nein, sage ich euch, vielmehr Zwiespalt. Denn von nun an werden fünf, die in einem Hause leben, uneins sein. Drei werden gegen zwei und zwei gegen drei stehen. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Dann sagte er noch zu der Volksmenge, Wenn ihr Gewölk im Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, es gibt Regen, und es kommt auch so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird heiß werden, und es kommt auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels versteht ihr zu prüfen. Wie kommt es denn, dass ihr den gegenwärtigen Zeitlauf nicht prüfen könnt? Warum kommt ihr auch nicht von selbst zu einem Urteil über das, was Recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor Gericht gehst, so gibt dir noch unterwegs Mühe, dich mit ihm abzufinden, damit er dich nicht vor den Richter schleppe und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfe. Ich sage dir, du wirst dort sicherlich nicht loskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Nun waren zu eben dieser Zeit einige Leute bei ihm zugegangen, die ihm von den Galiläern erzählten, deren Blut Pilatus zusammen mit ihren Schlachtopfern vergossen hatte. Da antwortete ihn Jesus, meint ihr etwa, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als alle anderen Galiläer, weil sie dies Schicksal gehabt haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr euren Sinn nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen. Er sagte ihnen dann folgendes Gleichnis. Jemand hatte einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht auf ihm, fand jedoch keine. Da sagte er zu dem Weingärtner, siehe, ich komme nun schon drei Jahre her und suche Frucht auf diesem Feigenbaume, finde jedoch keine. Haue ihn ab, wozu soll er noch den Platz wegnehmen? Da antwortete ihm jener, her, lass ihn noch dieses Jahr stehen, ich will erst noch einmal das Land rings um ihn aufgraben und ihn düngen, vielleicht bringt er künftig doch noch Frucht, wo nicht, so lass ihn abhauen. Jesus lehrte einst in einer Synagoge am Sabbat. Da war gerade eine Frau anwesend, die seit 18 Jahren einen Geist der Schwachheit hatte. Sie war zusammengekrümmt und unfähig, sich ordentlich aufzurichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, Frau, du bist von deiner Schwachheit befreit. Dann legte er ihr die Hände auf und sie richtete sich augenblicklich gerade empor und pries Gott. Weil nun der Vorsteher der Synagoge unwillig darüber war, dass Jesus am Sabbat geheilt hatte, sagte er zum Volk, Der Herr aber antwortete ihm mit den Worten, Ihr Heuchler, bindet nicht ein jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zu Tränke? Diese Frau aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan nun schon 18 Jahre lang gebunden gehalten hat, die sollte von dieser Fessel am Sabbat-Tage nicht erlöst werden dürfen? Durch diese seine Worte wurden alle seine Gegner beschämt, die ganze Volksmenge aber freute sich über alle die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Dann sagte er, Wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Es ist einem Senfkorn gleich, das ein Mann nahm und in seinen Garten einlegte. Dort wuchs es und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und weiter sagte er, Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteig gleich, den eine Frau nahm und unter drei Maß Miel mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. So wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, indem er lehrte und seine Wanderung nach Jerusalem fortsetzte. Da fragte ihn einer, Herr, es sind wohl nur wenige, die gerettet werden. Er antwortete ihnen, Ringet danach, durch die enge Tür einzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzukommen suchen und es nicht vermögen. Wenn ihr erst dann, nachdem der Hausherr sich erhoben und die Tür abgeschlossen hat, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen beginnt und ihm zuruft, Herr, mach uns auf, so wird er euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, Wir haben doch vor deinen Augen mit dir gegessen und getrunken und du hast uns auf den Straßen gelehrt. Doch er wird euch erwidern, Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid, hinweg von mir, alle, ihr Übeltäter. Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes sehen werdet, während ihr selbst hinausgestoßen seid. Und sie werden von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen und sich im Reiche Gottes zum Male niedersetzen. Und wisset wohl, es gibt Letzte, die werden die Ersten sein und es gibt Erste, die werden die Letzten sein. In eben dieser Stunde traten einige Pharisäer zu ihm und sagten, Entferne dich von hier und zieh weiter, denn Herodes will dich töten. Da antwortete er ihnen, Geht hin und meldet diesen Fuchs. Siehe, ich treibe böse Geister aus und vollführe Heilung heute noch und morgen und übermorgen komme ich damit zum Abschluss. Jedoch heute und morgen und übermorgen muss ich weiterziehen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet anderswo als in Jerusalem den Tod finde. Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten tötest und die steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt. Doch ihr habt nicht gewollt. Nun wird euer Haus euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr ausruft. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Sei achtsam. Die Schlange enttarnt ihresgleichen nur, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh, danke für die Rettung. Sei wachsam. Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de